Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Re-Infettet. Sorry für den Gliefhanger. Wir werden ziemlich, ja, in 50 Minuten geht die Hoade los, die Hoade los. So, ich hätte gerne so ein paar davon. Nö, das passt alles. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen noch hier 1, 2, 3, 4, so, ja, ein wenig. So, 1, 2, 3, die legen wir noch auf für morgen. So, und jetzt, so, platzierbar, nö, Konstruktion, sonstiges. Stellen wir doch nochmal zwei in den Weg, einfach so. So, so, einfach so. Super, super, einfach so. So, was könnte man noch machen? Noch mehr Holz auflegen. So, super, sehr gut. Gelingt uns doch gut alles. So, machen wir ein paar Stückchen, machen wir noch zwei. So, Stückchen. Dann nehmen wir hier noch, äh, ach komm, wir machen drei. So, Uhrzeit, der Uhrzeit-Check. Ja, da wird geprüft, ob Saurier da sind. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, was ich mal sagen. So, und, so, und, da würde ich sagen, stehen wir den einfach, einfach da, hier. So. So, und hier? Einfach so, soll er doch zerbrechen. Yeah. So. Uch, super. Ursprünglich wollte ich ja hier die Spitzen aufstellen, aber, wer braucht denn das? Wer braucht denn das? Och, ich bin nervös. Ich bin nervös. So, die können wir mal rausnehmen, die zwei legen wir rein. Ja, am besten alle. Und hier auch. Yeah. So, da haben wir noch Fetten. Nö, in die Tierbox, hier. So, was können wir denn essen, schönes? Wie wär's mit, oh, die Horde, die Horde, die Horde. Super. Och, bin ich nervös. Bin ich nervös. Meine Damen und Herren. Ist das cool, dass wir da hier so zugemacht haben. Das finde ich total toll. Aber wir lassen das noch laufen. Nervosität. Nervosität. Da könnten sie eigentlich da rauf. So, wir machen das so. So, Steilspär. Fäll und Bogen. Ich bin mir nicht sicher. Nee, schade. Es wäre cool gewesen. Da ist ja noch einer. Da, da. Da kommt er. Ich bin da noch rücken geschossen. Oha. So, der junge Mann. Mit altem Gesicht. Denn man sieht die Pfeilen nicht. So. Wunderbar. Da haben wir die Pfeile auch wieder. Yeah. So, das war die Horde. Oh, ein Pfeil. Das war die Horde. Fasern würde ich gleich da. Oh, sie haben uns Schrauben gebracht. Sie haben uns Schrauben gebracht. So, die Spitzen würde ich hier wegstellen. So, am besten irgendwie so. So, war drüben. Dann haben wir eine noch da. Den könnten wir noch so irgendwie so. Und einer noch da. Den könnten wir noch so irgendwie. Wie, 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 wie. So. Ein bisschen. So. Ein wenig gedreht. So, irgendwie. War das so? Ja, was weiß ich. So. Meine Lieben. Dann legen wir uns mal hin. Da sind keine mehr drin. Yeah. So. Die wurzeln wir da alle rein. Die Schrauben auch. Und dann bin ich schlafen gegangen. Schlafenszeit. Yeah. Die erste Horde vorbei. Und da war ich nervös. Und da war ich nervös, meine Lieben. So. Ich würde aber sagen, nachdem jetzt November ist, machen wir einfach zu platzierbar. Ne Konstruktionen. Was ich gerne hätte, wäre eine Treppe. So. Und zwar in Wirklichkeit. Wirklichkeit. So. Das hätte ich gern. Aber wenn ich es gerne hätte, machen wir es doch einfach. Oh, ein Schwein. Lass uns das Schwein gehen. So. Da ist es. Genau zwischen die Augen, bitte. Oh, ein Schwein. So. Dann haben wir die auch erledigt. Wunderbar. So, wenn wir gerade da sind. Nehmen wir das da mit. Und das Schwein auch gleich. Haben wir eigentlich noch Platz? Naja, ein wenig ja. Für zwischen die Augen wird es heißen, oder? So. Würde ich gerne eine Treppe nach oben machen. So als Winterprojekt. Im Winter werden wir eh nicht ewig viel bauen können. Also, da werden wir ewig viel bauen können. Und auch Lager sortieren. Und so weiter. Und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Yep. So. Was nehmen wir da jetzt noch mit? Ach komm. Nein. Wir nehmen die Einzelbreite. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir die, ob wir den ganzen Ständer mitnehmen. Ne. Die lassen wir da. So. Hier sechs sind drin. Super. Dann brauchen wir jetzt noch. Wir holen den Wagen. Ich will nur Pfeil im Bogen ziehen. Das war aber... Also... Nein, 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 nein. Der ist so ein Schuss, oder? Haben wir das Fleisch überhaupt mitbekommen? Oh ja. Oh ja. So. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Was ist denn das da? Noch ein Wölfchen. Och komm. So. So. So, gleich verbinden. So, einmal er hier. Und einmal er hier. Das werfen wir ab. Super. So. Sag mal, wie spät ist es? Fast sechs Uhr. Gleich geht die Sonne auf, meine Lieben. So. Dann haben wir den hier noch. Und er hier. So. Och schön. So. Oben hat das mit der Treppe. Die hätte ich nur gerne heute fertig gemacht. Wunderbar. He he. Geht doch super. So. Jetzt haben wir hier den Wagen. Und bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Super. So. Und wenn wir da rauf gehen, würde ich sagen, wir wollen Konstruktionen. Präzis hier. Wir nehmen Konstruktionen. Wende. Decke. Decke. Die Maserung haben wir aber so. So. Vier. Da brauchen wir drei. Eins, zwei, drei. Da sind wir jetzt dabei. So. So. Dann brauchen wir da natürlich auch, damit das gleich aussieht. So. Vier und drei kürzer. Yeah. Eigentlich könnten wir es da gleich zumachen, oder? Komm, wir machen hier. Wir machen hier überall die Decke rein. Komm, mach die Decke rein. So. Vier. Da auch noch. Vier. Naja. Fast. Oh. So. Dann stellen wir halt mal. Oh, ein Kürbis. Komm, wir nehmen den Wagen mit zum Kürbis. Ich wollte eigentlich die Hölzer, die da in der Nähe liegen, mitnehmen, aber, ja, nicht so ist. Das ganze Fleisch müssen wir aufhängen, bevor es Verdöhrer hat. So. Also, los geht's. Dann gibt's heute die Deckel-Druf-Meldung. Da. Und er mit ihm noch. So, wir brauchen einen kleinen. Da gibt's keinen kleinen mehr. Oh, doch, da. Deh, deh, deh. Oh, es ist so richtig Herbst. So richtig Herbst geworden. Super. Naja, November. Wovor ich ein wenig so Angstbefürchtungen habe. So. Ach komm, wir machen es trotzdem zu. Wir machen es einfach zu. So, wir haben auch keine Fenster drin. Ach so, da haben wir schon. Gut. So, wir brauchen noch ein paar Brettchen. Ne. Du, 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 du. Du, 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 du. So, das braucht man noch nicht. So, das können wir sowieso ablegen. Das brauchen wir nie. Das legen wir auch mal ab. Ja, so zwei Steinchen. Super, jetzt gehen wir rein. So, und hier drüben sind wir schon dicht. Dann würde ich sagen, Decke drauf. Dies ist eine Geschichte. Was ist da falsch gesetzt? Ich glaube, das haben wir alles falsch gesetzt. Oh mein Gott. Nein, sehr richtig. Der da ist falsch. Nö. Die ganze Reihe ist falsch. Oh mein Gott. Ja, müssen wir, müssen wir, müssen wir. Das halten wir ja nicht aus sonst. Also wir schon, ich nicht. So. Jetzt passt aber. Jetzt passt aber. So, so. Rein. So. So soll es sein. Und jetzt passt es auch gleich wieder mit ihm hier. Super. Ja, wird natürlich alles noch höher, aber wahrscheinlich erst im Frühjahr auch. Da ist so viel noch zu tun. So, machen wir hier mal. Genau. 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 Ja. 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 So, und da machen wir auch zu. Oder? Ich würde schon sagen. So. So. Alles mal einfüllen. So, das war es, glaube ich, mit den Brettern. So, komm, wir holen uns frisches Holz. Frisches Holz. Weil im Winter werden wir ja das ganze Holz dann aufbrauchen. So, hier. Danke. Wenn wir das ganze Holz dann aufbrauchen, was wir rund ums Häuschen schon eingelagert haben. Ja, weil im Winter gibt es Baum. Yeah. Bei Schneesturm. So, und einen kleinen Baum noch. Kleiner Baum. Kleiner Baum. Oh, Mais. Ich kriege mal so die Panik. Wenn ich so Getrampel höre. Getrabe. Da glaube ich immer sehen die irgendwelche fiesen Tierchen. Fiese Tierchen. So. Da haben wir auch noch welche rein. Da haben wir auch noch welche rein. So soll es sein. Da kommt das Holz hinein. So, und zwar brauchen wir jetzt noch Deckel hier. Ist das jetzt richtig? Ich hoffe ja. So. So. Deckel viel. Deckel hier. Ich trinke immer noch Kapiel. So. Hier. Und hier. So. Ja, ich weiß, frisches Holz wäre besser. Aber es muss so sein im Moment. So. So. Jetzt stehen wir noch mal raus. Den Wagen hier drauf. So. Und jetzt holen wir uns. Moment. So. Und ihr hier. Das werfen wir da rein. Ab zur Tierbox. So. So. Und da hängen wir jetzt ein wenig Fleisch dazu. So. 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 Dann teilen wir noch zwei. Die nehmen wir ab. Und hängen das Fleisch noch hin. Das Fleisch noch hin. So. 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 Wir brauchen sowieso gerade Protein. Das kriegen wir hin. So. Trinken. Da war nichts drin. Da war nichts drin. So. Besser. So. 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 Das legen wir da rein. Jetzt holen wir uns Brettchen. Brettchen. So. Aha. Da liegen Sachen. So. Das lassen wir liegen. Das nehmen wir da am Boden. Das nehmen wir auch am Boden. So. Wie schnee sich das alles immer verbraucht. Ich bin ganz fasziniert. Ich komme. So. Diesmal aber mit dem Speer. Yeah. Mit dem Speer. Au. Oh. Ja. Jetzt reicht's aber. So was. Oh. In die Beine gebissen. Das ist ein bisschen Warlbeißer. So. Die. 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 Ah. Ein Stückchen. So. So. Wir waren da. Da waren wir gerade dabei. Keine Ahnung wie viele wir brauchen. Viele glaube ich sind es nicht mehr. So. Passt. Sitzt. Passt. Hat Luft. So. Den stehen wir da. Oh. Mais. Oh. Wie wir da alles gerodet haben hier. Wahnsinn. Oder? Heftig. 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 So. Dann räumen wir das da gleich wieder ein. So. Hätten wir gar nicht einräumen müssen. Oder? So. Und. Ja. Nein. Da passt sich da ein gut. So. Ja. Jetzt können wir wegräumen. Steinkern. So. Schnell mal aufräumen. Dann. Hm. Tierreste. Nö. Da haben wir das hier. Und das hier. Das passt da nicht rein. Da haben wir ein Stückchen. So. Die Brettchen legen wir mal da hier. So. Das kommt mal da rein. Da würde ich die Steinchen mal reinlegen. Da nehmen wir alles. Das Biozeug nehmen wir da rein. Da nehmen wir alles. Das Biozeug nehmen wir da rein. So. Und die Steinebox fühlen wir jetzt voll. Und dann kümmern wir uns um die Fenster. Würde ich mal sagen. Wow. Das wird aber auch heftig. Schwere Aufgabe. Wir haben viele Fenster. So. So. Zuerst mal Tür. Nanananana. Türe. Türe. Hier. Türe. Hier. So. Türe. Türe. Da brauchen wir Bretter. Wir brauchen noch mehr Bretter. Mehr als Bretter. Dum dum dum. Schneiden. So. Können wir die dran haben. Nein. Keine mehr drauflegen. Gut. Und schneiden. So. Dann nehmen wir da mal runter. Yeah. Füllen da mal wieder ein. Nanananana. Nanananana. So. Also sobald schneit, werden wir dann drinnen natürlich weitermachen. Mit dem Thema Lager. Damit wir auch Metalllager haben, Essenslager, provisorisches Küchel. So. Naja. Füllen wir mal ein. So. So. Zuerst die da. Yeah. Dann die da. Yeah. So. Und jetzt kümmern wir uns um die Fenster. Platzierbar. Und die Konstruktionen. Wende. Sonstiges. Fenster. Yeah. So. Fenster 1. Fenster 2. Wow. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Und 11. 11 Fenster. Wieso eigentlich nur 11 Fenster? Wieso 11? Müsste es nicht eine Gerade? Ah. Ah. Okay. 11. Gut. Für jedes Fensterchen brauchen wir tausend Stöckchen und 5 Glas. Na dies wird ein Spaß. So. Und 5 Glas. Machen wir Glas auch schon? Ach ja. Wir machen Glas auch schon. So. Da haben wir hier die Workbench. 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 So. Mach nicht die Fenster. Mach lieber einen Kohleofen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay. Wir wandeln die mal in Glas um. So. Und dann kümmern wir uns mit der nächsten Ladung um einen Kohleofen. So. Wo noch war? Da greifen wir mal raus. So. 6 Stück. Super. So. Da kommt das rein. So. Kohleofen. Platzierbar. Sonstiges. Kohleofen. Hier. 10 Eisenbahnen. Ich stelle ihn einfach mal hier her. Einfach so. So. 10 Eisenbahnen. Haben wir noch Eisenbahnen? Ich fürchte nicht. Eine 4. Und dann werfen wir die mal da rein. So. Da haben wir das hier. Dann machen wir da raus. und 10 Eisenbahnen. Jawohl. So. Das können wir da wieder rein tun. Die können wir da nehmen. Die tragen wir raus. Die stellen wir wieder da her. Super. Wird doch. Wird doch. Wird doch. Wird doch. So. Wir kommen da rein. Und neue Brötchen. Das können wir natürlich auch die Stöckchen. So. Wir holen uns mal. Wir holen uns mal den Wagen. Und holen eine Ladung. die wir rein nur zweckgebunden verwursten für die Fenster. So. Da hätten wir ein Schaf. Das könnte man schön töten. Für den Teppich. Und die Horde. So. Oh war der gerade. Oh ja. So. Das müssen wir auch machen in der Nacht dann. In der Nacht. Im Winter. Lang, kalt und dunkel. So. So wird der Winter. So. Gibt ja wieder keine kleinen Bäumchen. Kleine Bäumchen wären ein Träumchen. Aber leider. Da hinten ist eines. Toll. So. Immerhin. Das kann man raus. Das kann man raus. Ja. So. Und wenn wir gerade da stehen. Nehmen wir gleich. Das mit. Ja. Oh. Jetzt sehe ich wieder nur die Hälfte. Ich hoffe es bleiben nicht zu viele dann hier liegen. Das ist wegen der Waldverschmutzung. So. Wovon ist das scharf? Mit Armbrust hättest du es erledigt. Ja. So. Wir haben gesagt es weggebunden. Dann machen wir mal. Oh. Zwiebel. Nicht zerstören. Aufheben. Oh. So schön. So. Hier mal schön einfüllen. Bam. Samen. 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 Das wird super. Weil da können wir dann im Winter drinnen schön Gardening machen. Gardening. So. 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 Super. Dann mal. Wir fangen hier an. Wir machen hier weiter. So. Dazu würde ich mal sagen. Räumen wir mal hier. Die Stöckchen stehen da aus. Du brauchst die für die Pfeile. Ja. So. Da nicht mehr. Da haben wir es. Da haben wir es auch. Super. So. Machen wir mal noch. Ja. So. Und. Da nach hinten. Ja. Und. Ja. So. Und er hier. So. Fünf noch. Super. So. Der nächste. So. Ernte. Ernte. Und. Ernte. So. Was ich aber tun will, ist die Brätchen weglegen. Auf jeden Fall. So. Brätchen weglegen. Danke. Ein Stückchen. Dann alles mitnehmen. Dann Aktion Fenster. Wo waren wir denn? So. Zwei und zehn. Zwei und zehn. Das ist voll. Dann haben wir hier noch. Zwei und zehn. Hier haben wir auch zwei und zehn. Super. Da sind wir jetzt auch bei zehn. So. Dann würde ich sagen. Schauen wir da mal ein. Dann fehlt uns nämlich nur noch. Oh. Wir sind einmal durch. So. Dann fehlen uns nur noch die Stöckchen. Was ja auch gut ist. So. Ernte. Ernte. Da würde mich dann interessieren, ob wir da drauf eine Beleuchtung drauf kriegen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. So. Da ist dran. Super. So. Wir brauchen mehr Stöckchen. Wir brauchen mehr Stöckchen. Oh. Ist das super. So. Ernte. Ernte. Und Ernte. Dann haben wir das alles gemeinsam gebaut, bevor der Winter kommt. Ja. So. Super. So. Und er auch noch. Ja. Ja, das ist jede Menge jetzt. Ja, bis es unschwindelig wird. Wie viele Stöckchen wir dann haben. Ich muss dann unbedingt, bin gespannt im Inventar. Ja, wir könnten es ausrechnen. Weil drei Holzstämme, je vier Stöckchen pro Holzstamm. Boah, super. So, da war voll, da war voll. Also, jetzt. So, da haben wir jetzt voll. Da haben wir alles drin, da haben wir alles drin, da haben wir alles drin. Gut, fehlt nur noch Glas. Da fehlt nur noch Glas. Was für ein Spaß. Jetzt haben wir das wieder voll gemacht. Super. Yeah. So, schön einräumen. Eines hier einräumen. Da ist Glas. Fehlt nur noch das Glas. Weht nur noch das Glas. So, Steinchen. Stöckchen. Steinchen. 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 Da sind jetzt wieder kleine Bäumchen. Das ist schon gut so. So, die füllen wir da ein. Dann würde ich mal sagen, wir laufen mal wegen Steinchen, oder? Kurz Blick auf die Uhren. Na ja, na ja. Wir können das alles noch verwursten. Verwursten. Wir nehmen das hier raus. Wir nehmen das hier raus. So. 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 So, und ein Glas hätten wir noch. Gut. Na immerhin. Einfach nicht Glas mehr. So, was brauchen wir da? Sechs Stück Eisenbahn. So. Und zehnmal schrauben. Haben wir die? Nö. Müssen wir uns bauen. Na gut. So. Dann machen wir 20. 30. So. Und so. So. Und dann kann man sagen, der Kohleofen ist fertig. Fertig. So. Jetzt haben wir natürlich nur ein einziges Problem noch mit dem Kohleofen. Wir haben keine Kohle. So. Da nehmen wir alles runter. Da nehmen wir alles runter. Da sind die Fische. Super. Das könnten wir mal essen. Essen. Ah. Wir waren wieder. Es war wieder soweit. So. Super. Dann gehen wir die mal da rein. Da haben wir den hier. Und die Schrauben räumen auch weg. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt eine Runde spazieren. Mit dem. Mit der Steinchenbox. Oh. Ist schlecht. Ist schlecht. Steinchen. Steinchen. So viele Steinchen. So. Aber wenn wir schon da sind. Ich sage mal, die einfach auch verwenden. So. Man könnte unabhängig von den Fenstern. Könnte man jetzt einfach in Richtung zweiten Extraktor. Also dritten Extraktor in Wirklichkeit. Oder machen wir die Fenster zuerst. Ach komm. Das ist jetzt bedauerlich. Ja. Das ist jetzt bedauerlich. So. Wir legen mal nur ein. Da haben wir noch ein bisschen. Yeah. Nein. Nein. Falsche Steinchenbox. Ich höre kein Holz splitter. Ein Wambi ist tot. Der Wambi ist tot. Der Wambi ist tot. Und jetzt schauen wir schnell, wo er gestorben ist. Das muss da vorne sein. Oh. Oh. Hat er sich wehgetan. Oh, Öl. Wie schön. Oh mein Gott. So. Gleich mal verbinden. Müssen wir uns gar nicht verbinden. Guck an. Ah. Kartoffel. Stückchen. So. Dann hängen wir das Fleisch auf das restliche. Und ich würde sagen, wir gehen einmal spazieren. Ja, ja. Oh, Wasser. Oh, Wasser. So. Wir haben das. Wir haben das. Lehmann hat das eine Öl auch rein. Dann haben wir drei Stöckchen. Super. Wir haben ein paar Samen. Ein paar ist gut. So. Wir haben hier noch Stähnchen. Ich würde aber sagen... Oh, die sind gleich fertig. Super. Ich würde aber sagen, wir holen uns jetzt noch eine Ladung Stähnchen. Hängen das Fleisch auf. Wie viele haben wir denn? Ganz vergessen. Vier Stück. Vier. Ja. Ja. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Yeah. So. Da ist noch ein bisschen was drin. Und nicht mehr viel. Das werden wir ausleeren. Das ist leer. Wir nehmen ein schmutziges Wasser. Schmutziges Wasser. Yeah. Alles schmutziges Wasser. Yeah. So. Schmutziges Wasser ist da drin. Oh mein Gott. Sauberes Wasser. Schmutziges Wasser. Wo auch immer der ist. So. Leeren. Sauberes Wasser rein. Schmutziges Wasser. So. Und hier haben wir sauberes Wasser. Das heißt. Bam. So. Dann nehmen wir uns die Steinebox. Das machen wir heute noch gemeinsam. Wir gehen einmal Steine klopfen. Wird eine feine Sache. Dann nehmen wir uns die Box. Und füllen einfach Steine ein. So. Genau. Dazu würde ich mit euch da oben hingehen. Da wo die Steine wohnen. Ich hoffe da oben wohnen welche. Ja. Da auf dem Steilhang will ich nicht. Da. Das passt doch gut. So. Schalt mal ganz kurz. Jetzt nur für hier Steinchen. Lautdichte auf null. Okay. So. Und weiter geht's. Nein. Nicht weiter runter. So. Nur dass man das. Ja. Ja. Das Bärchen. Ich hoffe der zerlegt uns nicht. Wir haben nur. Wir haben unter 50. Wir haben unter 50% Leben. Ich hoffe er zerlegt uns nicht. So. Die ganzen Steinchen kommen da rein. Das ist sehr fein. Überaus sozial von. Nein. Alles gut. Dann noch mehr Steinchen. Weil wir brauchen noch einen weiteren Extractor damit wir auch zur Kohle kommen. Ja. Sonst hilft uns der ganze Kohle Extractor nichts. So. Geht noch was zu tragen. Weil dann würde ich sagen wir nehmen einen noch mit. Dä. 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 Super. Sieht doch aber auch cool aus. Wir schalten mal die Bio wieder ein. So. Optionen. Lautdichte. Höher. Passt. Weiter. naja so viel mehr ist das jetzt nicht weil wir alles gerodelt haben finde ich aber gut so meine lieben das war's für die heutige folge was ich zwischen den folgen machen werde ist ich werde eisen schmelzen ja wir haben jetzt drei uhr nachmittags super zeit da hinten werden so wie gesagt wir bleiben bei unserem system gebaut wird ausschließlich gemeinsam das war's für die heutige folge vielen dank fürs dabei sein und bis zum nächsten mal